Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Haven. Wir sind beim letzten Mal ja hier stehen geblieben bzw. haben wir das erste mal unseren Tod quasi richtig erlebt. Wie man in diesem Spiel also letztendlich wirklich das Game Over erreicht. Nicht zum Vorfeld wirklich stolz sein können, aber trotzdem irgendwo eine Nahrung geschafft. So, aber wir versuchen das Ganze jetzt hier noch einmal. Werde mir diesmal etwas mehr Mühe geben, nicht gleich wieder zu sterben. Beim letzten Mal war das aber auch alles wieder so ein bisschen auf Zeitdruck. Baut er aber jetzt trotzdem mehr Zeit. Ich habe ja gestern und vorgestern habe ich ja gestreamt. Und ja, war es halt super. So langsam gewöhnt man sich dran, würde ich sagen. Ich bin zwar immer noch einfach sehr nervös. Aber ich glaube auch nicht mehr ganz so weh noch am Anfang. So. Ist hier sonst noch irgendwas? Nein, da geht es so runter. So. Ich möchte auf jeden Fall wissen, ob wir es tatsächlich schaffen können, die Flutbrücke zu deaktivieren. Hallo? Äh, ja, warum sie da jetzt nicht lang wollte, weiß ich auch nicht. So. Hier hinten ist auf jeden Fall noch was. Da müssten jetzt auch die Monsterflücher kommen. Das überspringen wir jetzt einfach mal. Äh, ne? Äh, ich glaube, das war ich beim letzten Mal. So. Unten ist auf jeden Fall jetzt auch noch was. Vielleicht sollte ich auch zudeln, dass wir bald was essen. Ich glaube, die beiden haben Hunger. Ich glaube, die beiden haben Hunger. Oh, das gibt es doch nicht. Ich möchte jetzt auch noch was machen. So. Wenigstens einer. Also. Dann am besten zu Schuss. Ja, ich glaube, die komplette Insel werden wir diesmal nicht schaffen. Wir müssen uns unbedingt vorher noch heilen. Oder zumindest halt so eine Heilstation finden. Ich weiß gar nicht, wo die letzte geblieben ist. Ähm, können wir ja mal nachgucken. Uh, da hinten wäre die letzte. Ah, da hinten ist schon der Soldat. So gut, dann holen wir uns das Ding hier auf jeden Fall noch. Und hier hinten die Kandisbeeren. Dann werden wir einmal ganz kurz zurückfliegen. Zurückleiten. Denn wir möchten ja ungern wieder sterben, nur weil wir zu wenig Leben haben. Ja, so können wir uns ja nicht heilen, ne? Ja, so können wir uns heilen, aber das jetzt so viel bringt... Na, doch. Hat ein bisschen was gebracht. Wir probieren es einfach. Probieren es einfach. Können wir jetzt mal alle anderen Monster machen? So. Wir brauchen auf jeden Fall den... Du Schuss. Komm schon. Und noch einmal. Und aufladen. Und aufladen. Oh, da hinten ist sie. Dem will ich noch nicht so nahe kommen. Können nämlich böse enden. So. Und einmal alle beruhigen. Läuft doch so weit. Hier ist kein Rost mehr. Wer kann das werden. Und hat sich hier oben noch was versteckt? Ja. Da nicht mehr. So, wie viel Leben haben wir noch? Ja. Ich weiß nicht, ob ich mich gegen das Viech da schon hintraue. Ich glaube, ich würde tatsächlich vorher lieber speichern. So. Ich glaube, wir müssen das mal hin und zurück wechseln. Das können wir ja einmal machen. Wobei ich frage mich, wo ich hier... Und auch da runter auf jeden Fall nicht. So. Okay. Müsste ich. Ich dachte, damit kommen wir hoch. Hier war etwas falsch gedacht. Wie kommen wir auf die andere Seite? Sehr berechtigte Frage. Okay, so. Wie komme ich da hoch? Und wo muss es dann hier noch so eine Flut geben? Fetze ich mal. Da ist auf jeden Fall was. Ah. Hier geht es weiter. Das gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Okay. Artho. What happened here? Did everything burn down or? No. It's the rust again. Nothing but rust. It's just a lot more concentrated than usual. I don't know where the rust is coming from. But it looks like we're getting closer. ok und dann wird es auf jeden fall weitergehen ich glaube ich würde dann tatsächlich mich lieber um die dinge kümmern welche angst habe dass wir das dann nicht mehr entdecken können dass hier wirklich die story weitergeht aber dann da hoch das da hier kommen wir zu uns hoch und zweimal aber hier noch rüber gucken gut da ist soweit nichts aber da hinten können wir irgendwie rüber vielleicht hier mit ich glaube nicht nein oder eigentlich wirklich ich denke hier oben komme ich aber nicht wirklich weit mit der hier die geht glaube ich nur in die andere richtung oder nähe sich kurz ja Ja. Wow. Einmal Rantlau. Und noch einmal beruhigen. Mensch, läuft doch super. Das Schöne ist einfach nur, dass ich so müde bin. Ich gehöre so zu den Menschen. Ich werde nicht gerne unsanft aus dem Schlaf gerissen. Das sieht doch leider relativ häufig. So. So. Wo fühlt mich das jetzt hin? Zurück scheinbar. Jetzt möchte ich erstmal so einen... ...Ruhepunkt erreichen. Oder am besten so eine Anlockstation. Das wäre auch noch ganz gut. So zweimal geradeaus noch. Ich hoffe zumindest, dass das dann der richtige Weg ist. Aber müsste eigentlich. Ich glaube von da aus kamen wir dann auch. Nicht, dass wir wieder über Umwege dahin müssen. So. Wo wird's weiter? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, aber... Wir locken mal an. Gehen erstmal nach Hause. Wir holen uns neue... ...Utensilien. Und dann geht's da unten weiter. Ich möchte auch noch den Sumpf erkunden. Weiß nicht, ob wir da so hinkommen würden. Aber man wird halt vom Spiel gerade konsequent in die eine Richtung gelenkt. Deswegen möchte ich gerne wissen, was in die entgegengesetzte Richtung zu finden ist. Oh, der ist grunds. Okay. Achso, warte. Können wir nochmal... Letzte Sache. Da geht's. Jetzt müssen wir nicht mehr re-charge die Nesten wiederholen. Es kann die Flöhe direkt aus dem Grunde genommen werden. Wir brauchen es zu? Wir mussten wirklich nicht mehr re-charge es so oft vor. Ich meine, ich war eher ein Thank You. Aber okay. Entschuldigung. 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 Es ist nur, dass die Flöhe der Flöhe peaken ist eine Sache. Aber die Flöhe direkt aus dem Grunde genommen... ...und die Flöhe ist ein bisschen mehr... ...mire was? Ich weiß nicht, es nur nicht recht. Es ist genau das gleiche Flöhe, du kennst. Es ist genau das gleiche Flöhe, du kennst. Ja, das ist wahr. Also? Was ist das Problem? Es ist kein Problem. Es ist nichts. Entschuldigung, ich zeige nicht zu sagen. Ach. Ach ja. Ja. So, dann fehlt uns ja nur noch eine Sache. Und das ist der linke Flügel. Den haben wir aber bisher, glaube ich, noch nicht gefunden. Also noch nie, noch nicht irgendwo zu sehen. Mal gucken, ob wir ihn gleich finden. Oh, können wir wieder was verbessern? Ach, stimmt. Ein Hyperos-Handschuh. Dazu brauchen wir aber das andere noch. So. Och. Ja, denke ich mir auch gerade. Komm, dann nehmen wir einmal die Pfefferpillen. Und dann sind wir zum Beispiel mal wieder geheilt. Legen uns einmal hin. Und dann nehmen wir die Pfefferpillen. So, aber jetzt können wir doch sicherlich was essen machen. Ich möchte auch gerne mal wissen, wann wir das hier benutzen können. So, kochen. Um... Um... K? Was ist es? Sie sind fast fertig? Define almost. Das ist nicht lustig. Du benutzt all die heiße Wasser. Ich mache meine Haare? Meine Haare ist 1,000x langer als yours, und ich habe nicht halb der Zeit, wie du es machen. Wait, wie lange ich hier bin? Ich weiß nicht. Ich habe mich in den Augen geflogen. In den Schwer? Was ist das? Oh, come on! Was ist das? Es ist Wasser überall. Hey, warum sind Sie mich? Hey, stop das! Das ist nicht lustig. Sie sind überall überall. Es ist bereits überall, irgendwie. Oh, stop! Okay, ich komme in. Ich werde Sie pay. Ich werde. Ei, ei, ei. Ist doch alles sauber. So. Das ist kurz die Frage. Das können wir hier noch herstellen. Das können wir einmal herstellen. Mal hier aber wirklich nur eins draus. Äh, gehen. Was reicht denn nämlich? Ähm. Ich weiß nicht, was wir noch alles mit haben. Ich weiß nicht, was wir noch alles mit haben. Deswegen einmal. Wir können hier nicht genug von haben. Wir können hier nicht genug von haben. Einmal. Einmal. Nochmal. Wie viel man davon immer benötigt. Kein Wunder, dass wir nie was haben. Hm. Nein. Alles, nein. Ich weiß nicht. Ähm, Hier. Gut, einmal geht es noch. So, wunderbar. Ja, verbessern können wir noch nicht. Also, einmal verlassen. Das sieht gut aus. Also, los geht's. Das sieht gut aus. Das ist 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 gut aus. Wir haben wirklich keine Wahl. Oh? Oh, du hast eine Wurbel. Das ist gut aus. 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 Das ist gut aus.